Stierblume, ich bin dein schlimmster Albtraum. Ich bin der Vegetarier, der gekommen ist, um dich zu essen. Hmm, warum spielen Leute Final Fantasy? Hmm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das liegt bestimmt am Game. Oh Gott, sie hat mich gemerkt. Lauft Leute, lauft, lauft. Die Polizei, schnell. Ich bin der Sticky Wald. Überzieht mich. Schhh, reuhe. Schlauze. Verratet mich nicht. Schlauze. Verratet mich nicht. Ne, warte mal, das hört sich falsch an. Die Vorwürfe haben sich erhärtet. Nicht nur die Vorwürfe. Was? 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 Was denn? Was? Warum bin ich jetzt schon... Vielleicht hat er Levitationskräfte entdeckt. Der unverkennbare Gestank der Heresie. Ah. Ah. Warte mal. Du stinkst nach Kaki. Was ist denn hier? Oh mein Gott, das ist so viel größer als meiner. What the fuck? Was? Warum? Wobei, meins würde auch reichen. Hoffe ich. Oh Mann. What the fuck? Das kann auch... drauf reichen. Das könnte mein neuer Maun sein. Oh mein Gott. Oh Mann. Das ist... Das ist nicht nur größer, sondern auch buschiger und viel, viel dicker als mein. Oh Mann. Ich geh wieder in meine Ecke. Fuck you guys. Jawoll. Ja, Schätzelein. Komm zu Papas Haken. Dom, 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 dom. Lego, 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 Schmecko. Abgehangen. Twitch Prime ist kostenlos. Du hilfst mir wirklich sehr. Twitch Prime? Twitch Prime für Eliawald? Hallo? Hat noch jemand Twitch Prime für Eliawald? Hallo? Twitch TV slash Eliawald. Bitte geben sie mir hier einen Sub. Oh mein Gott, die kriegen wir hier niemals. Oh shit, Polizei. Ah fuck, Polizisten. Ah fuck, ich bin... Ah come on, ich steck ihm. Fuck you. Drecksspiel. Gürteltür down. Kein Gürteltier kann mich aufhalten. Kein Gürteltier kann mich aufhalten. Kein Gürtel kann mich aufhalten. You know what I mean. Wo bin ich denn jetzt? Und passend zu nem Spruch hab ich einen harten Knochen bekommen. Ich bin's normalerweise nur gewohnt, harten Knochen auszugehen. Nee, stopp. Stopp. Das ist mein... Stopp. Das ist mein neues Indro. Hallo? Mein Name ist Eliawald. Ah. Na. Na. Ah. 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 Ich werde, ich werde ihm ein Pflanzenkostüm besorgen. Ich werde mich von seinen Eltern adoptieren lassen. Dann werde ich einen ausgeklügeln Plot starten, um seinen Vater zu verführen. Und dann werde ich seinen Vater dazu bringen, seine Mutter zu verlassen. Weil es sein Vater feststellt, er ist homosexuell. Und dann werde ich alles auffliegen lassen. Und dann werde ich sagen, ah, Pflanze, fuck you. Ich hab deine Familie zerstört. So, fuck you, Pflanze. Das passt. Oh, ja. Game over. Wurr.